OmiseGo in 60 Sekunden. OmiseGo ist eine Bezahlplattform und dezentralisierte Börse. Die übliche Abkürzung für OmiseGo ist OMG und den OMG-Token gibt es seit dem Jahr 2017. Was ist das Besondere an OmiseGo? OmiseGo will eine Schnittstelle sein zwischen Kryptowährungen, klassischen Währungen und anderen digitalen Werten. Die OmiseGo Blockchain soll dabei gleich mehrere Funktionen haben. Zum einen soll sie als dezentralisierte Börse dienen, auf der Nutzer ihre Währungen tauschen können. Sie soll außerdem Liquidität, das heißt eine ausreichende Menge der gehandelten Währungen bereitstellen und schließlich soll sie die Transfers gegeneinander bestätigen, das heißt als eine Art Clearingstelle fungieren. Insgesamt ähnelt OmiseGo damit Ripple, zielt aber auf den Privatnutzer und nicht auf die Banken ab. Wichtig, OMG ist momentan in Anführungszeichen nur ein Token auf die Ethereum Blockchain. Die eigene OmiseGo Blockchain kommt erst noch. Die technischen Daten beziehen sich daher auch auf den Token auf der Ethereum Blockchain. Davon gibt es insgesamt 140 Millionen. Blockzeit und Hashing-Algorithmus sind natürlich identisch zum Ethereum-Netzwerk. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite oder bei Twitter und Reddit. Das war OmiseGo in 60 Sekunden. Für weitere Videos abonniert gerne den Kanal, lasst mir einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat und schreibt mir unten in die Kommentare, welche Coins euch noch interessieren. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao!